Willkommen zurück zu Metro Last Light. Wir sind hier im Bereich der roten Linie. Wir haben festgestellt, dass wir verarscht worden sind von Pavel. Achso, warte, ich möchte gedrückt halten. Wir versuchen jetzt hier abzuhauen. Das Gute ist, dass der Sohn vom Generalsekretär nicht so werden will wie sein Vater und uns deswegen auch freigelassen hat. Mit den Worten, wenn du es hier rausschaffst, dann lebe. Achso, da geht die Tür auf. Ich dachte eben gerade, wo geht denn hier? Oh. Jetzt bin ich nur wieder in diesen riesigen Raum. Ich habe quasi, ich war dort hinten, habe also hier einen Umweg gemacht, ein Messer verloren, um dann hier hinzukommen. Joa, hat sich gelohnt. Hat sich gelohnt, auf alle Fälle. Ich würde den gerne ausschalten, aber ich habe Angst, dass das dann von den anderen gesehen wird. Ich kann ja auch nicht speichern, das speichert ja auch nur, wo es will. Manchmal. Manchmal am Kapiteleinfang halt sowas, ne? Ah, guck mal, das ist... Ob ich da hinkomme, ohne dass er mich sieht? Das sind so meine besten Freunde. Der wundert sich auch nicht, warum da plötzlich kein Licht mehr ist. Warum sollte man sich deswegen auch wundern? Oh, da ist auch was zum Aufmachen. Ach, ist wahrscheinlich einfach nur dieses Tor aufzumachen, damit man dort hin kann, aber ich kam ja von dort. So, jetzt ein bisschen näher an den PC, an den Monitor ran, damit ich auch ein bisschen besser sehe. Ich glaube aber, dass er es dummerweise halt auch nicht mehr anders einstellen kann. Wo soll ich denn jetzt hin? Ich hätte gerne jetzt so einen Wasserfall wie bei Tief, wo man dann hier Feuerquellen ausmachen kann. Ach, ich sehe mich doch 100%. Die müssen einfach mal weggehen. Die bleiben wahrscheinlich dort. Und die brauche ich mir wahrscheinlich gar keine Gedanken machen. Oh, der steigt ab. Der hat ein Licht am Helm. Den sollte ich vielleicht nicht unbedingt umbringen. Warum war das plötzlich so hell? So, der ist erledigt. Das ist der, der vorn da drauf stand. Der ist dann abgestiegen und das war sein Todesurteil. Ne, ne, der ist auch wieder ganz plötzlich... Also ich weiß auch nicht, was mit den Leuten hier los ist. Die haben eine sehr schlechte Gesundheitsversorgung, glaube ich. Dass die alle einfach so umfallen. sterben. Ich würde den ja am liebsten von hier aus mit dem Messer treffen. Aber ich wette, das Messer verschwindet dann wieder auf mysteriöse Weise. Oh, nein, diesmal nicht. Kann ich da einfach durch? Oh, das habe ich ja schon aus. Ich sollte es nicht anmachen, oder? Ich weiß nicht, was passiert, wenn ich das mache. Ich wüsste... Ich habe immer nur ausgemacht hier, wenn da grüne Lämpchen waren und dann auf rot gedreht. Und das schießt für mich immer, ja, dann ist das auch aus. Und wenn ich das jetzt nicht mache, dann ist das plötzlich nicht aus und dann geht das an und dann heißt das, oh, hallo, ja, hallo. Ich bin hier nur auf der Durchreise. Und darauf habe ich dann auch keine Lust. Weil schließlich läuft es echt gut gerade. Was mich natürlich riesig freut, dass ich es hier schaffe, ohne großartig... ohne lange mich irgendwo aufzuhalten. Und ich komme eigentlich ganz gut voran. Also das ist halt das Schöne. Da ist auch wieder ein Filter, glaube ich. Filter einsammeln schadet nicht. Ich werde einfach mal den da erledigen. Das fährt ja auch nicht auf. Das fährt ja auch nicht auf. Und ich traue mich gar nicht, irgendwas zu sagen. So, den habe ich jetzt auch mit dabei. Oh, wo bin ich denn? Oh, ich bin in der Ecke gegangen. Oh, warte mal, da ist... Oh, nee, das wäre der Lichtschalter. Huch. Bin ich überhaupt nicht. Ich möchte gerne mein Messer wiederholen. Geh mal aus. Das ist irgendwie abgeschlossen. Kann man die Dinger auch irgendwie öffnen? Die haben alle solche Filterdinger. Das sind also alles, welche die an die Oberfläche dürfen. oder vielleicht auf irgendeine Weise mal auch sogar müssen. Sieht ein bisschen aus, als könnte ich... Oh, da kann ich hoch. Oh, wow. Da ist auch Filter. Oh, und Messer. Messer! Ich weiß gar nicht, wie viele wir haben jetzt. Ich weiß auch nicht, ob die abhauen. Aber trotzdem habe ich das Gefühl, dass mich gleich eine Kugel trifft. Echt? Du hast das Gefühl, als würde dich gleich eine Kugel treffen? Oh. Schade, dass ich gerade keine Kugeln verschwenden würde. Sonst würde ich dir diesen Wunsch wahr machen. Nicht runterfallen, nicht runterfallen. Ah, hier speichert es wieder. Okay. Ach, hier hinten gab es auch eine Möglichkeit. Was ist denn das? Was war das andere? Diese komischen Punkte? Was waren diese komischen Punkte? Was ist das denn? Also, die nehme ich mal mit. Die werde ich gegen die austauschen. Und das ist Munition dafür. Ah. Und ein bisschen würde ich die ja... Ich möchte gerne den Filter haben. Deswegen töte ich den. Da steht jetzt nicht mehr. Das war der eine. Ich könnte... Ich würde auch gerne mal runter. Aber ich habe Angst. Okay. Mir passiert nichts. Ah, das war noch eine Brandgranate, die er hatte. Ah, nee, das ist ein... Ja, ich... Nein. Ich sollte aufhören zu denken. Oder ähnliches. Doch, doch, ich eigentlich. Aber ihr merkt es nur nicht. Was mein Vorteil ist. Was ich auch zu meinem Vorteil ausnutze. So, da oben ist noch einer. Den kann ich so auf die Weise nicht töten. Aber dort wird wahrscheinlich das Licht für das Ganze sein. Wie komme ich denn da am besten hin? Sieht auch aus, als könnte ich dort hinten irgendwie lang. Ich bin auch nur jetzt gerade hier oben hin, weil ich einen besseren Überblick dadurch habe und hier nicht gesehen werde vor allem. Da innen ist eine Leiter, die führt hier nach oben zu dem. Das hieße aber, ich müsste noch irgendwie den und den erledigen. Und das komme ich nicht von hier aus, weil hier ist zu viel Licht und die sehen mich hier zu sehr. Okay. Ich gehe jetzt nochmal hier runter. Einfach, weil ich es kann. Und versuche nicht, die Leiter hochzugehen, sondern daran vorbei zu gehen. Hier. Oh. Oh. Ist das Wasser? Oder was ist das? Oder Müll? Komme ich hier weiter? Nö. Natürlich nicht. Wie sollte es auch anders sein? Oh. Die Kiste kann ich aber öffnen. Ich habe mittlerweile gut Filter gesammelt, muss ich sagen. Hier. Dann müssen wir dich bam, bam, einfach niederschießen. Okay. Dorthin komme ich nicht, ohne an denen vorbei und ohne gesehen zu werden. Habe ich so das Gefühl. Dann kann ich auch wieder hoch. Hier runter komme ich nicht. Das bringt mir auch nichts. Klar, ich könnte die von oben niederschießen. Weiß ich nicht. Vielleicht viel. Ich gehe jetzt einfach mal hier runter. Vielleicht gehen ja ein paar Leute weg. Ja, das wäre gut. Ich finde es leid, Wache zu schieben, während die anderen befördert werden. Oh. Nein. Oh. war Glück, war Zufall, dass ich jetzt hier gelandet bin. Ich bin nicht jetzt hierher gekommen. Ich habe gar nicht gesehen, dass da was ist. Oh, ist das dunkel. Ich muss das jetzt muss das definitiv dann spielen, wenn es etwas dunkler draußen ist. Also das werde ich jetzt nur noch gegen den Abend aufnehmen. Mache ich zwar ungern, weil ich da nicht mehr allein daheim bin, aber wenn ich die Wahl habe, ob ich... Oh, wieder ein Messer. Ob ich ein Messer nehme oder ein Messer nehme. hier komme ich wieder raus, oder? Wow. Soll ich den einfach mal... Ich töte den jetzt einfach mal, okay? Warum hupen die Leute draußen bei mir? Hochzeit? Weiß ich nicht. Zwei Autos, die hupen. Was für eine Hochzeit. So. Okay. Ich habe keine Ahnung, wo ich bin. Absolut keine Ahnung. Wo bin ich denn? Ich weiß, ich bin weiter durch und alles, weil da oben ist das mit diesem Teil. Ich habe so die Nase voll davon, hier rumzustehen. Verdammt. Es hieße ja, dass irgendwo hier in der Nähe die Leiter ist. Keine Ahnung. Bin zu blöd dafür. Geht's einfach hier weiter. Schade, da komme ich nicht drauf. Doch, jetzt. oder? Ich bin doch nur da drauf. Da rein komme ich nicht. Scheiße. Ich weiß, scheiße sagt mir nicht. Aber dann gehe ich doch wieder hier rein. Gucke mich da weiter um. Da ist das Loch. Wo war ich denn nicht? Ich glaube, ich war dort hinten nicht, oder? Oder hier nicht. Doch, hier war ich. Hier war ich. Das habe ich schon geöffnet. Da war ich hier nicht. Oder ich komme von hier. Das kann natürlich auch sein. Das ist auch wieder jemand. Beim Rumwerkeln. Mir komme ich jedenfalls nicht raus. ist das dunkel. Oder ich muss das bei mir einfach mal versuchen abzudecken. Dass das Fenster mir nicht so hell ins Gesicht scheint. Nicht dadurch die Dunkelheit im... Warum wird das Journal aktiviert? Ich wünschte die Schicht wäre früher zu werden. Wie geht das? Nein. Der Schwarze. Pavel weiß, wohin sie die Schwarzen gebracht haben. Finde Pavel in... In Venedig? Flüchte vom Territorium der Roten Linie. Finde den Schalter, um den Rotor zu stoppen und hindurchkriechen zu können. Was für ein Rotor. Was für ein Rotor. Wo war das jetzt? Ne, hier nicht. Wo war das denn jetzt? Wo ich raus konnte? War das hier? Ja, oder? Huch, huch. Schon mal hier weg? Ich würde ihn so gerne niederballern. Oder sowas halt, ne? Kann man ja auch mal machen. Der hockt da jetzt einfach nur. Ich hoffe, den sieht niemand. Da ist ne Leiter. Wo führt mich denn die Leiter hin? Hier unten hab ich so gut wie alle, ne? Es ist nur noch der da. Ah, jetzt gib mir... Warum hat er hier reingeguckt? Hier komm ich jetzt wieder raus. Ist hier irgendwo ne Leiter? Ernsthaft? Warum hat er hier reingeguckt? Ach ne, das ist einfach nur... Ach doch. Ne, komm mal. Hä? Scheiße, hier gibt's doch nur irgendwo ein. Ach, da. Okay. Oh gut. Den kann ich auch noch eliminieren. Ach, da bin ich ja gelandet. Genau. Ach man. Kamera. Äh, Maus meine ich. Hier lang. Genau. Hier lang, dann um die Ecke und dann komme ich raus. Das ist auch anscheinend die einzige Stelle, wo ich überhaupt raus kann. So. Da war ja noch hinten einer. Irgendwo. Ah, da. Da war jetzt einer. Ist jetzt der letzte gewesen. Und nur noch der da oben drinne ist. Den hole ich mir jetzt auch. Ich weiß ja, ob jetzt eigentlich den Part nur hier verbracht, aber dafür bin ich echt gut vorangekommen. Oh, nein. Nein, nochmal. Aber ich möchte gerne, genau, hier lang. So, dann mache ich... Oh, da kann ich noch was lesen. Dann mache ich das erstmal. Lese ich. Gerechtigkeit, Gleichheit, Frieden, Moskwin weiß, wie man zuschlägt, wo es wehtut. Es mag seltsam erscheinen, aber Sie haben recht. Wenn wir keine Einigung erreichen, nicht aufhören zu kämpfen, dann werden wir uns selbst schneller erledigen, als es die Mutanten könnten. Die Kommunisten benutzen den Bunker, der vor dem Orden gefunden wurde, ebenso wie die Faschisten als Köder. Und das gewöhnliche Volk schluckt ihn mit Haken, Schwimmer und Leine. Und das war's. Krieg, Wohlstand muss mit Blut erkauft werden. Damit die Menschheit der nächsten Generation eine strahlende Zukunft haben kann, muss die jetzige entsorgt werden. Yay, sowas ist doch immer super. Oh, ich das wäre so ein Lichtschalter, aber nein, das ist einfach nur so ein Teil, um das Dings kaputt zu machen. Und irgendwo gab es hier doch noch einen, meine ich. Aber egal, egal. Radio mache ich nicht an, das macht zu viel Aufmerksamkeit. Ich werde jetzt aber trotzdem hier einfach mal einen Schnitt setzen und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, tschüss, eure Thay. Und dann, tschüss, eure Thay.